Hallo, hier sind Leo, Liene, Sarah, Lena und Martin von den Gründerfreunden mit unserem Podcast. Bei uns erfährst du alles, was sich um Gründungen und Startups dreht. Dabei sind wir alle am Start, mal gemeinsam, mal einsam, aber immer mit inspirierenden Gästen, spannenden Themen, News & Insights, Live-Berichterstattungen, Panels und vielem mehr. Unsere Denkstuben kreieren neue Formate für euch am laufenden Band. Vielleicht denkt ihr jetzt, yay, endlich mal ein Podcast, was ganz Neues. Und ja, ihr habt recht, denn ihr könnt ihn mitgestalten. Wir werden euch regelmäßig auf Facebook und Instagram die Möglichkeit bieten, eure Wünsche, Anregungen, Meinungen und Fragen an Interviewgäste zu äußern. Alles, was ihr dafür tun müsst? Genau, uns folgen und auf Teufel komm raus zu kommentieren, Hashtags zu setzen oder Emojis dazulassen. Lasst uns was gemeinsam starten. Und für diejenigen von euch, die Gründerfreunde noch nicht kennen, Wir sind ein unabhängiger Blog mit dem Ziel, Gründern in ganz Deutschland dazu zu verhelfen, ihren Traum vom eigenen Unternehmen zu verwirklichen. Ins Leben gerufen wurde unser Projekt von Dennis Weidner, seines Zeichens erfolgreicher Gründer-Holic. Wir könnten jetzt natürlich noch mehr über ihn erzählen, aber sieben Stunden ist etwas übertrieben für einen Podcast-Trailer. Er wird aber einer unserer ersten Gäste sein und unter anderem etwas über sein Projekt ePilot Mobility erzählen. Keine Sorge, es wird keine sieben Stunden Podcast-Folge. Wir machen eine Trilogie daraus. Herr der Ringe war gestern. Aber zurück zu Gründerfreunde. Besucht uns auf gründerfreunde.de. Dort könnt ihr euch als angehende Gründerin, angehender Gründer, als Startup oder einfach nur so über spannende Themen, Tipps und Tricks informieren, euch inspirieren lassen und euer Startup vorstellen. Bevor es jetzt noch sieben Stunden werden, hören wir an dieser Stelle erstmal auf und freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch. Folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn und werdet aktiv. Bis bald, Leo, Liene, Sarah-Lena und Martin fürs Gründerfreunde-Team.